hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und ja heute ist das erste türchen dran vom adventskalender ich denke mal bei jedem von euch ich habe hier den bier adventskalender ja ihr wisst ja alle ich trinke ja gerne mal bierchen ja und beim masterful hat noch keinen ausgepackt so viel wie ich weiß deswegen mache ich das jetzt mal weil ich habe schon mehr bier trinke als hier ben ja ihr seht schon das ist ein riesen kalender also hier fängt er an hier meinen händen und aufhören tut er hier unten irgendwo also erfüllt das ganze bild hier ich denke mal ich werde mal für das erste türchen das ist nämlich hier oben sieht man das überhaupt hier sieht man das guck mal ob ich noch ein bisschen schieben kann ja ein bisschen so hier ist das erste türchen und wir öffnen es jetzt mal und zwar ist in der dosen drin 24 verschiedene biersorten und ja ich werde es mal öffnen und dann schauen wir mal was wir im ersten türchen haben wir haben hier oder ist noch schön kühl brauburger pilz ich glaube es in jeder dosen sind 0,5 liter hier ihr seht es ja 4,9 prozent sind fanddosen das ist schon mal sehr prima ja also heute werde ich mal probieren weil es ist ja sonntag da kann man noch trinken während der woche werde ich es nicht versuchen weil ich arbeiten gehen muss oder mal schauen vielleicht wenn ich es abends drehen dann kann ich ja vielleicht noch oder im nachmittags das ging noch ja brauburger pilz das habe ich noch nicht gehört hört sich aber gut an ich denke mal ich werde es mal öffnen jetzt und dann werden wir mal probieren schauen wir mal so ja riechen tut es gut ja also mein favorit an bier ist es nicht aber es schmeckt nicht schlecht ich werde es nachher noch leer trinken weil heute ist ja noch samstag wo ich aufnehme ja jetzt wird hier den tag hier eine dose ausgepackt das teil ist auch richtig schwer ich kann es euch sagen also wie die post kam ja ja freut euch drauf also ich weiß ihr seid noch alle ziemlich jung ihr seid noch kein alkohol dringen denkt auch daran ich möchte auch keinen ermutigen damit aber ich bin alt genug also freut euch aufs nächste türchen bis dann und ja ciao